Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video von Modelleisenbahn Träume. Wir wollen euch heute diesen Vagod zeigen, aber nicht mehr, sondern nur verraten, dass wir daraus etwas Neues bauen. Wir werden euch oder wir versuchen mit jedem Bauabschnitt euch etwas Neues zu zeigen. Beziehungsweise zeigen, was wir da an diesem Vagod verändern und draus bauen. Also lasst euch überraschen, abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Der Bau wird aber erst im Jahr 2017 losgehen, denn jetzt wünschen wir euch erstmal eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann, wenn wir ins neue Jahr super gestartet sind, fangen wir an mit dem Neubau dieses Gepäckwagen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Tschüss!